Was geht ab Leute, die neue Leute in der GameStream und willkommen zurück zu Zombie Army 4. Ab zum Unterschlupf. Wir haben es erfolgreich überstanden. Wir müssen auch mal ein bisschen Party machen. Und der ist fix und fucking fertig. Ah, 12. Kapitel abgeschlossen. Bam, 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 bam. Noch zwei, dann sind wir im neuen Gebiet. Level up, das heißt, wir können wieder was upgraden. So, Heilung, Heilung, Heilung. Geh bestimmt nicht ohne Heilung raus. Boom. MP, Thompson, Upgrades. Wir haben kein Upgrade-Kit. Oh, für das Ding auch nicht. Na gut. Wenigstens haben wir die Zeitlupe mit der Thompson. Oh, ich würde echt mal gern ein geileres Gebiet haben. Die Kanäle sind langweilig irgendwie. Blutfontaine untersuchen, machen wir. Ja, war klar, oder? Jetzt jeder Scheiß-Zombien-Helm mittlerweile. Ihr merkt wohl, dass ich Headshots ohne Ende verteile. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir noch mehr Zombies killen müssen. Hier, guckt mal. Frisch für euch. Oh, fuck. Oh, die brennen einfach. Ja, ich glaube, die Stelle war gut. Da haben wir eine Menge abgeräumt. Eigentlich würde ich die leiden lassen. Explodier doch einfach. All auf einmal finde ich nie so fein. Solange der noch ein paar Zombies mit in den Tod reißt, alles okay. Nachladen. Lass mich nicht im Stich. Yeah. Kommt alle her. Boah, ich muss aber jetzt aber aufpassen. Alter, wie das Ding schreit. Okay, das ist irgendwie zur Hälfte voll. Damit würden wir noch ein bisschen zu kämpfen haben. Mist, keine Granaten mehr, nichts. Okay. Wenn wir die zusammentragen können und irgendeine Bombe zünden. Immer mega effektiv. Verschützungsgranaten. Was auch immer die machen. Ah, ködern. Ja, genau so. Na, da könnt ihr mal alle hinrennen. Wenn ich jetzt noch eine vernünftige Granate hätte. Mein Gott. Ey, jeder Schuss ist kritisch. Liegt das an dem Perk oder liegt das jetzt an der Granate noch zusätzlich? Habe ich schon gesagt, dass die Granate ultra praktisch ist? Unfassbar geil. Genau ins Gesicht. Ach, ihr Armen. Ihr habt doch gar keine Chance. Oh, shit, ihr habt mich nicht gesehen. Gott. Das war brutal, ja. Aber ich darf mich, glaube ich, auch nicht von der Attacke treffen lassen. Fuck, rennt mal alle da hin. Hinter mir habe ich auch noch tausend Viecher. Oh, ich habe mich reingezogen. Weg. Mist, aber auch. Das ist ein Mist. Wovor kann ich jetzt immer wegrennen? Ist ein Takedown möglich? Nein. Ich glaube, ich glaube, ich habe auch keine. Hier sind auch weit und breit keine. Ich glaube, ich habe ihn. Oder auch nicht. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja. Es sieht nicht gut aus. Ich bin aber auch wirklich so gut wie tot. Oh mein Gott, wie soll ich denn das überleben? Naja, was soll ich machen? Wow, 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 wow. Fuck mit eurem Mist. Mann. Könnt ihr euch nicht gegenseitig kennen? Das ist so angenehm. Alter, mir geht die Munition aus und ich habe so Glück gehabt. Geht so keine Sackgasse, ey. Mann, nur einmal Munition. Oh, wow, da habe ich schon alle mit erwischt. Das habe ich gebraucht. Mann, wieso habe ich das gewusst? Nice. 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 falsche türe und das ist tatsächlich nur die eine dadurch wow was geht denn ab lasst mich mal hier durch, das ist nett. dass hier einfach keine munition ist oder ich bin blind ein bisschen disco abcd das ist bestimmt irgendein code den man knacken kann oder ja ist es wahrscheinlich muss man auf die lampen schießen keine ahnung vielleicht alle die rot sind ich weiß es nicht ich rate einfach das finde ich nie heraus besonders nicht wenn ich keine munition ab was ist einfach nicht normal mit den viechern man doppelt man jetzt habe ich gar keine munition mehr einfach weg einfach weg knapp 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 als knapp ein kapitel da sind wir hier durch wie immer nichts neues gesamte munition aufgeladen und irgendwas zum upgraden perks munition finde ich nett ich habe damit anscheinend super viele gekillt die strumpf aus richtet auf normalen grundschaden an nehmen wir doch mal das ist so ein paar meschig aus ok mehr können wir nicht fummeln wir sind aufgeladen wir gehen durch diese tür auf geht's die die die